Hallihallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Makeup of the Anger Games Diesmal wie letztes Mal auf der 140-Slot-Server-Map Wie ihr es euch gewünscht habt, werde ich jetzt öfters wieder hier spielen Ich habe mir gerade eben Waypoint in einer kleinen Schlucht gesetzt Denn hier gibt es sehr viel Eisen und hier möchte ich gleich so schnell wie möglich hinkommen Deshalb habe ich auch das Kit Jumper gewählt und da leckt es gerade extrem, aber es geht wieder So, ich hoffe die Frames bleiben nicht so wie sie jetzt gerade sind Denn dann wäre es ein bisschen scheiße, auf gut Deutsch gesagt Denn ich habe gerade 20 Frames und das leckt dann schon ein bisschen Und dann werde ich wohlmöglich gekillt Und das wäre ja nicht so das, was wir möchten So, auf jeden Fall jumpe ich jetzt erstmal mit den Ender-Perlen hier hin Also wenn ich das schaffe, rechtzeitig So, wo ist das, wo ist das da hinten? 300 Blöcke weg von hier Ich beeile mich direkt Und sollte von hier weggehen Oh, fuck Ich gehe jetzt einfach mal hier hoch Und werfe die Werde hinten auf dem Baum landen, denke ich mal Ja Nicht baggen, nicht baggen Danke Dadurch werfen und fliegen So, das ist jetzt nicht mehr so weit weg Trotzdem noch 200 Blöcke Schon ein gutes Stück Aber da wird mich dann eh keiner finden Hoffe ich doch mal So Und wir fliegen da hin Vielmehr jumpen da hin So, hier fäll ich mir jetzt mal ein bisschen Holz ab Wir sind nämlich weit genug weg So Dann haben wir auch schon eine sehr gute Voraussetzung Um zu gewinnen Das hat ganz viel Musik gepasst Aber egal Ach, ich war gerade eben auf Akinator Oder wie das da heißt Da kann man so Fragen stellen Man kriegt so Fragen gestellt Dann muss man die beantworten Dann wird da irgendeine Dann errät diese Programm eine Person An die man gerade denkt Oder irgendwie so was Äh Wer von euch hat mich da eingetragen Ich hab mich da selber gefunden Wer von euch war dat Und wer von euch hat Aufgeregt und witzig Oder so was dahinter geschrieben Irgendwie Aufgeregt, aufgedreht Oder irgendwie so was Stand hinter meinen Namen Wer war dat War auf jeden Fall cool Dass ich mich da selber finde So Jetzt haben wir langsam schon genug Holz Noch eins 30 Sekunden noch Ich muss hier Ich muss so schnell wie möglich In die Schlucht Werfen Und weg hier Boom Da ist die Schlucht 15 Sekunden schnell runter So Jetzt Craften Craften Jetzt ist Crafting Power angesagt So Das Pick X Und ein Schwert Wenn jetzt Doch jemand kommen sollte Damit ich mich hier Irgendwie ein bisschen Verteidigen kann Jetzt bauen wir erstmal Hier drei von denen ab Können dann direkt Wieder craften Nehmen uns Cobblestone Und machen uns eine Steinspitzhacke Und können jetzt auch schon mal anfangen Damit ein bisschen Eisen Nach uns zu holen So Schon ein bisschen mehr Da weiß jemand nicht Was Jumper tut Der ist wohl das erste Mal Hier auf dem Server Aber damit Muss ich mich jetzt nicht befassen Ich brauche hier ein bisschen Eisen Das ist das Wichtigste Für immer das Beste Was ich jetzt machen kann So 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 Hier noch ein bisschen Kohle mitnehmen Und jetzt das restliche Eisen Suchen Was ich hier noch überall gesehen habe Hier war überall Eisen Da So Ich brauche das ganze Eisen Was ich gesehen habe Aber auch noch ein bisschen Cobblestone Dann ist auch Eisen Ich sollte nicht rennen Rennen auf jeden Fall unterlassen So Hier das Eisen holen Hier hoch bauen Sind wir Der Gehör ist runtergefallen Und ich konnte hochgehen So Das nehmen wir noch So Hier war aber noch mehr Da vorne Au 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 Nicht legen So Jetzt sind die Frames Ein bisschen besser Die sind jetzt auf 30 Knapp Also Das ist perfekt 30 Frames In der Ordnung Jetzt wieder auf 20 19 Creeper Gott Das war knapp Zum Glück Das hat da unten Explodiert So Nehmen wir das noch schnell mit Und dann Sollten wir auch schon gehen Jetzt habe ich Angst vor Monstern Und da bellt gerade mein Hund Das nervt bestimmt ein bisschen Aber das macht gerade nichts Und ich kann mich damit auch jetzt nicht befassen Noch ein bisschen Eisen Bisschen noch Ne 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 das ist mir jetzt Das ist mir zu riskant So Ich brauche noch ein bisschen Cobblestone Damit ich mir einen zweiten Hof machen kann Perfekt Jetzt doch mal ein bisschen rennen So Zwei Öfen Craften Fuck Verklickt Fuck 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 Irgendwie kann ich gerade nicht schnell klicken Das nervt ein bisschen Das nervt ein bisschen So Jetzt die Öfen hinsetzen Egal wie ich hinsetze Kohle Und die Hälfte davon Die andere Hälfte nach oben Und die Kohle nach unten So und jetzt hinsneaken Und warten Schön warten Wie viele Spieler sind noch da 60 58 Okay Wie immer Gehen die Spieler Relativ schnell kaputt Und wir sollten jetzt So langsam mal gleich Und uns auf Nahrungssuche Geben Denn sonst sind wir hinüber Aber richtig hinüber Richtig fett hinüber So Das kann jetzt nur noch Sich um wenige Minuten Halten Handeln Keine Ahnung Bis es hier los geht Also bis ich meine Rüstung habe Und es dann los geht Und mein Schwert Rüstung und Schwert Ich suche in der Zeit noch mal hier ein bisschen Eisen Weil ich kann mir noch keine komplette Rüstung mit Schwert machen Schuh oder Helm Den muss ich weglassen Ich denke ich habe noch die Schuhe weg Aber Weil da möchte ich nicht reingehen So damit auch keiner rauskommt Ach ja Wir müssen etwas warten Ich kann mir schon mal Schwert machen Und auch schon mal ein paar andere Teile von der Rüstung Schwert Chestplate Und Helm Und Helm So So Wieso habe ich das Schwert noch an So jetzt So jetzt haben wir wegen schon mal vernünftiges Schwert Und eine halbwegs vernünftige Rüstung Jetzt sollten wir ein bisschen noch warten Und dann sofort rausgehen Es ist noch nicht Anbruch der Dunkelheit Also wir haben noch Zeit Wir können gleich noch rausgehen Also hier aus dem Riss Drei Und Wie viele sind da? Drei Sechs Scheiße Oder? Passt das? Scheiße Keine Hose Nur Schuhe Egal 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 Ich muss jetzt raus Da auf jeden Fall nicht Oder ich mache das anders Ich versuche den irgendwie zu sprengen Bumm Danke Hat mir das trotzdem weh getan So Ich nehme jetzt die Ender-Pil Aber geh Da hoch Wo es nicht so Ne Ich mache das anders Das will mir nicht wehtun So Jetzt sollten wir uns Auf Nahrungssuche begeben Oh nein Ich habe das Eis nicht übersehen Ich möchte das jetzt einfach nur nicht nehmen Dass da vorne war Oh hier ist der Klumpfbiom Perfekt 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 Dann nehmen wir uns hier ein paar Pilze mit Am besten so viel wie es geht Damit wir gleich Wenigstens schon mal ein bisschen Nahrung haben Da vorne sind viele Pilze So Nahrung ist das Wichtigste Sonst verhungere ich wieder Wie in einer meiner ersten Folgen Da habe ich das nämlich noch nicht beachtet Und bin extrem oft gestorben Das war nicht so schön Auch wo ich es nicht aufgenommen habe Ich bin immer in Hunger gestorben Ich hatte kein anderes Problem Immer nur der Hunger Es war gar nichts anderes Also jetzt nehmen wir noch hier von ein bisschen Da von ein bisschen Da von ein bisschen Da von ein bisschen Pilze sind wichtig Pilze sind gut Und darum brauchen wir ganz viele Wie viele haben wir jetzt? Ich habe keine Ahnung Genug Ich habe da ein Schwein gehört Aber ich mache mir jetzt Pilzsuppen So Das Dann das Dann Das und dann Das Oh fuck Habe ich mich geschrocken Nein 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 Keine Pickaxe Das hier So und jetzt können wir uns auf Suche nach anderen Spielern begeben So In dieser Richtung ist irgendwo jemand Dann sollten wir uns doch mal dahin begeben Dumm Dum 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 Ist unter mir ne Der ist irgendwo unter mir Das ist mir egal Da will ich dann jetzt nicht hin Mir ist zu riskant Wenn ich halt jetzt runtergehe Hier ist aber noch irgendwo ein anderer Und zwar in dieser Richtung Und das wird Nacht Das heißt, jetzt wird sich jeder in eine Höhle verpissen Und die noch keine Eisenrüstung haben Werden sich jetzt dazu begeben Irgendwie Eisen herzustellen Beziehungsweise zu schmelzen Und genau in dieser Zeit werden wir sie überraschen Doch, fuck, da vorne geht was ab Hier geht was ab Das wurde auf mich geschossen Wo ist hier jemand Wer hat hier auf Hier waren gerade ein paar Blitze Irgendwer hat auf mich geschossen Okay, hier ist irgendwo jemand Hier ist irgendwo jemand Ja, hier unter mir Da hab ich auch keinen Nerv für Hä, das sind also zwei Weil sonst hätte ich jetzt mehr einen anderen eigentlich orten müssen Der ist genau da drunter Und da ist genau ein Creeper Also gehe ich genau jetzt woanders hin Und sollte Spieler finden Um Spieler zu töten Hier ist voll die zerstörte Landschaft Ich mach gerade was extrem gefährliches Vielmehr gefährliches Ich hoffe das wisst ihr auch Das solltet ihr niemals machen Wenn ihr den Hangagans unbedingt gewinnen wollt Da ist jemand Da ist jemand Wie soll ich zu denen kommen Ich könnte mich natürlich einfach reingraben War das ein Schaf jetzt Oder war das irgendein Spieler Oder war das irgendein Spieler Schaf War da gerade was Oder hab ich den jetzt nur eingebildet Ich hab gerade Schaf Ich hab gerade Der hat mich wohl gehört oder gesehen? Ich denke mal eher vermutlich gehört. Aha! Wo bist du? Wo bist du mein Lieber? Da oben im Grunde. Also kann das hier schon mal nicht die Wesen sein. Aber hier bin ich erstmal sicher, da ist er, da geradeaus ist er, da befindet er sich. Und ich rede wieder irgendwie leise, das ist irgendwie ein bisschen kacke, ich muss wieder so früher reden, immer laut und ganz nah am Mikrofon. So ist das am besten, keine Ahnung, ich habe das irgendwie ein bisschen umgestellt und deshalb ist es hier ein bisschen kackiges momentan. Aber das wird schon wieder so. Ich rede viel zu leise, ich rede viel zu leise, ich sollte wieder irgendwas machen. Ähm, was wollte ich machen, ich wollte irgendwie hier jetzt rumlaufen. So. 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 Jetzt hier eine Treppe nach oben. 25 Spieler sind noch... Da war wieder ein Schaf, hoffe ich doch mal. 25 Spieler sind noch da. Es ist immer noch nachts. Und ich bin immer noch auf der Suche nach irgendeinem Spieler, den ich töten kann. Da ist ein Skelett, da will ich gar nicht nachts. Da kann ich nicht erst hin. Skeletten aber immer schön aus dem Weg gehen, die ziehen extrem viel. Genauso wie die ganzen anderen Monster. Aber Skeletten können... Schießen. Schießen. Da war ein Creeper und der war nicht wegen mir. Da, fuck. Und das Skelett hat mich gesehen. Ich muss irgendwas anderes machen. Keine Änderung. Andere Leute suchen. Und das Skelett hat mich gesehen. Ich muss irgendwas anderes machen. Ne, da ist der auch. Da sind zwei Spieler. Hm. Was soll ich machen? OP sehe ich auch nicht richtig aus. Mir fehlt die Hose. Da. Da ist der. Da, fuck. 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 Skelett kommt jetzt nicht hinterher. Fuck. Oh, fuck. Jetzt, äh, geben die alle mit ihren kompletten Eisenrissen an. Ich hab's jetzt schon ganz früh gehabt. Also, du kannst mal alle schon die Fresse halten. Das ist eine Spinne. Und da unten ist ein Spieler. Hm, wie soll ich das anstellen? Nee, nee. Ja, nee. Wenn du das anstellen kannst. Zum Spieler locken. Das ist ja das an den Spieler. Okay. Wenn du das anstellen kannst, sind wir hatten. Komm Yes Komm Nein Wieso Der hat doch nur eine Hose mehr gehabt Und ich hab den Buben voll aufgeschlagen Was war denn mit dem falsch Die OP war der denn Und jetzt bin ich voll übersteuert Gerade eben war ich voll zu leise Und jetzt bin ich voll übersteuert Nein Ich hab keinen getötet Gar keinen Naja Ich sag bis zum nächsten Mal Euer Daraus IP